Ich bin schon seit meinem 19. Lebensjahr berühmt. Man ist gelangweilt. Wenn du alles erreicht hast, was willst du dann? Wer bist du? Niemand bestimmt es. Du gehst in die Wüste, um herauszufinden, was du bist. Wenn überhaupt. Wenn Leute in die Wüste gehen, fallen Diebe über sie her. Jesus war mal her. Womit wir bei der Frage wären, worüber du in der Wüste nachdenkst. Darüber, dass mir ein Typ mit einer Knarre begegnet ist, der vorgibte Teufel zu sein. Was ist passiert in der Wüste? Es gab einen Vorfall. Da ist so ein Kerl. Ein Stalker. Los Angeles. Oh, was haben wir denn hier? Du bist berühmt, Bruder. Was willst du? Alles, was du hast. Und dann werde ich dich töten. Spielst du mit? Ich spiele mit, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder. Du musst dich in Sicherheit bringen. Das Leben hier ist gefährlich. Sein oder nicht sein, Bruder. Darauf läuft es immer hinaus, oder? Auf das große Abenteuer. Was ist das? Der Tod. Der Tod.